Arimera, Avina, Alaric, Aconi, Aulana, da hinten haben wir noch den Aragon. Vorhin haben sie doch tatsächlich schon so kleine Anwandlungen von Spielen gehabt. Gell, Schnäbel aufreißen und rumalbern. Jo, gell. Jo, super. So. 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 ist der Kahn. Okay, fine. Hallo, Puppies. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Puppi, Puppi, Putschi, Putschi. Putschi, Putschi. Putschi, Putschi, Putschi. Ich glaube, der braucht eine Schmosedecke, wo er immer mit sich ziehen kann, zum draufliegen. Der macht sich dann sein Bett selber. Du Lauser, du. Du Lauser, du musst immer die Pisswindeln durch die Gegend ziehen, ha? Du musst mal wieder bettigen, kleine Maus. Und dir? Putschi, Putschi. Was ist das? Kopfkissen, ein steilendes Kopfkissen. Putschi, Putschi. Putschi, Putschi. Nö, das ist, get nadeln. Zuzат exist. Putschi, Putschi. Putschi, Putschi. земlichen Felhenzikas, pfwickab test. Ist aber gleich bei mir. Soit ist mutat? Kommst du jetzt zu uns her? Servus. Die finden das Stativ so faszinierend. Die lieben den Stativ, glaube ich. Schau dir das Video an. Mach nicht Putsi Putsi, die stürmen das Handy. Wenn sie gar nicht mehr folgen, rufen sie Putsi Putsi. Ich bin da, alles gut. Ja, ich bin da. Alles gut. Die Mutter will nicht genervt werden. Die raufen bei deinen Füßen langsam. Klo rollen wollen sie immer. Dann könnt ihr bei euch im Klo rollen. Ich bin mein Stativ wieder angenagt. Und raufen. Klaft. Ah, meine Schuhe. Oh, ich glaube, wie dann werden wir haben. Das ist nicht ganz so. Welten von der, wie heißt es denn? Nein, das ist die Füße. Da können wir uns tatsächlich so sehen. Wie eine Hündin, die den meisten Quatsch macht. Die da? Ja. Ja. Willst du wieder ausbüchsen? Nein, 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 nein. Und jetzt sind alle da. Ja, das ist passiert. Hieratamente. Ja. Em Ofis. Nein. Maschinen? Hallo. 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 Hallo! Ausbüchsen! Hi! Das ist jetzt meine Aufgabe! Die Reiten! Das ist schon anstrengend, gell? Schon gleich noch? Kendi, bleib! Also jetzt sind wir in der Wolke vom Wlausch! Wolke! Wlausch! Servus! Was machst du außerhalb? Ja, das sind schon drei aus dem Witz! Und der da unten drinnen! Das ist ein bisschen besser wie da drin! Ja, offensichtlich! Servus, Kleiner! Servus! Der ist nicht so froh, dass ich das gerade mache! Das ist die Chaoskiste! Ja, ich weiß! Aber leider! Hey! Nicht durchgraben! Hm, du! Fug, da bleibst du auch da drin! Also Hundebegegnungen haben die auf jeden Fall! Ja! Jo, komm Schatz! Und die zweite, und die zweite! Sooo! So, so, na na! Oh! Du willst immer wieder versuchen! Oh! No, 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 no! Die? 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 Ich kann das nicht richtig ruhig, Mama! Lashajen, oder? Oh, 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 oh! Die Gitter sind noch zu groß, da fasst du nicht durch. Dann stecken sie erst mal die Ohren an den Klemmen. Dann musst du die Ohren durchfädeln, dass du den Kopf wieder rauskriegst. Und die schreien, du bringst dir um. Sieht gar nicht. Die hat das gleiche, die Lenny, die verliert nämlich auch. Das hat Lenny auch mal gezeichnet. Wenn die jetzt kämen, dann ist sie doppelt mager. Die ist eh schon zu schlank. Servus Leidner, was macht du unter meinem Fuß? Schatten suchend, ja? Ist bequem, gell? Ja, ich krieg den schon. Candy, kommst du mal. Ja, bist du der Nächste. Hallo, guten Tag. Servus. Ist das nicht ein bisschen unbequem da? Ja, aber halt flauschig, oder? Trotzdem. Ja, klar. Ich dachte, dass sie vielleicht nicht so hinmöcht. Weil halt die ganze Zeit füttern. Vielleicht nachts, sie wird die ganze Zeit auch... Du blickst ja auf die mit anderen Brust. Das ist prachtig, oder? Ja, aber auch so, dass die Kleinen jetzt nicht dauernd am Tranken sind. Ja. Die essen schon selber. Jo. Denny, zum Ausmixen. Komm schon wieder, Jene. So, ist brav. Da kriegen sie jetzt schon rüber. Ja. Ja. Das ist ein tolles Sofa, ne? Der merkt, dass es auf seinen Kopf ist. Ja, ausgebüxt. Ausgebüxt. Komm, 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 komm. Ja, super. Okay, ja. Ja. Biss ist genastig. Ja. Ja. Der hat wohl so einen Punkt. Ah, Coni! Im Leiben! Ja, Arne. Ja, Coni, du bist schon zweimal hintereinander rausgekommen. Juhu, Juhu! Ja. Bist du ein bisschen müde? Vielleicht kriegst du den Hauch noch in der Schreckwecke? Mhm. Komm, 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 komm. Ja, so ist fein. Ja, nein, 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 du ohne. Ja, ihr seid schon süß, aber... Nein, 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 nein. Das... Das ist für sie jetzt ein Spiel. Hooray! Ui! Ups! Pff! Dann hab ich beide Hände frei. Kannst du noch einmal? Ja, Mann. Guck mal! Pff! Nee! Ja, das geht mir auf, oder? Pff! Pff! Der gibt nicht auf, ja? Pff! 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 Der gibt auf! Der gibt auf! Der ist einfach aufgegeben! Pff! Pff! Und drüber! Aufgegeben? Aufgegeben! Oh nein! Oder aufgegeben! Da ist die Schnelle niedriger, da geht's, gell? Ja, komm her, du! Ui! Sind sie müde? Sind sie alle müde? Alle Ausbruchversuche frei? Jo? Alles vorbei? Das ganze Energie weg? Ja! Das ist ja da wie immer, oder? Ja! Ach, oh! Das ist toll! Schau! Ach, Gott! Ich ziehe deine aus! Ach! Pff! 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 Oh, gut sind noch keine Katzen raus gekommen! Pff! 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 Die lieben den Stativ, glaube ich! Jetzt wird da drauf gesessen! Pff! 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 Er schläft tief wie das. Er müsste mit zwölf Wochen Erfolge geimpft werden und dürfte dann 21 Tage später reisen. Ja, okay, doch so schnell. Bist du glatt neben mir, Erlin? Da habe ich eine Hand drauf. Jetzt wenn er so schön müde ist, kann er es noch absetzen bleiben. Ah ja, oder Leo? Ja. Ich muss mein B. Ich muss mein B. Ich muss mein B. Ich sage immer zu meinem Mann, das wird dann ein Vicky gegen die Berge wandern. Woher willst du das wissen? Ja. Ja. Wenn er dann zu uns kommt, das machen wir ja. Da kann man ja gar nicht so weit bei anderen gehen. Wir machen nur mit dem Rucksack stecken. Ja eben, auch schon überlegt, das vielleicht so machen. Viel warm, alle hächen. Ja.